Herzlich willkommen zu diesem Vierbild-Video. Heute zeigen wir dir, wie du deinen Vierbild ganz einfach mit einer Oculus Go verbindest. Schalte den Vierbild ein, indem du einige Sekunden lang die kleinen Joystick gedrückt hältst. Stecke dann das eine Kabelende in den linken Eingang deines Vierbilds. Stecke das andere Kabelende in den Kopfhörereingang der Oculus Go. Zum Schluss steckst du noch dein Kopfhörerkabel in den rechten Eingang vom Vierbild. Wenn alles richtig angeschlossen ist, wird der Vierbild sofort loslegen. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit deinem Vierbild.